Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Crossroads Inn. Wir haben mittlerweile die Begeisterung der Reisenden auf, oh, gerade eben hochgesprungen, auf 25 gesteigert, sehr schön. Der erweiterte Schlafraum und die etwas verschwundenen Badezimmer machen sich auf jeden Fall bezahlt. Wir werden da auch noch die Wände und den Boden ein bisschen hübscher machen. Allerdings brauchen wir dazu erstmal noch ein bisschen Geld, ne? Wenn die kleinste Violine der Welt nicht mitspielt, macht das Ganze keinen Sinn. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier wieder Zwiebeln mit Pupsgeruch, genauso wie Getreide. So, Geld kommt rein, das ist schön. Vor allem die Übernachtungsgäste sind immer gern gesehen. Jetzt haben wir noch ein Rezept, panierte Pilze, ja noch für Reisende, ne? Warte mal, was haben wir denn überhaupt für Reisende? Wir haben dann geröstet das Getreidegetränk und den Soldatensnack, nur eine Sache. So, und hierfür brauchen wir im Prinzip Kräuter und Pilze. Oh, und den Kamin, den bräuchten wir dafür auch noch. Ich denke, das wäre es wert. Wir bräuchten jetzt mal eine Erweiterung für die Küche. Moment, was? Welcher Teil ist hier verseucht da? Einmal bitte die Käfer entfernen. Wenn sich denn jemand dafür bereit erklären würde. Hm. Ja, sehr schön. Da kümmert sich jemand drum. Wunderbar. Ich muss ja kurz gucken, kann ich den Kamin überhaupt schon bauen? So in der Form. Hat den zum Kochen wohlgemerkt? Oder muss ich den erst freischalten? Den muss ich, glaube ich, erst freischalten, ne? Ne, da muss ich hin. Ne, da ist er doch. Steinofen. Sehr gut. Kostet noch ein bisschen. Und wir müssen erstmal die Küche erweitern. Oh, freie Betten. Das sind mir die Liebsten, die einfach nur ein Bett haben wollen. Weil da muss niemand bedient werden und somit klappt da auch die Versorgung. So, und du hörst jetzt mal auf rumzugammeln. Oh, ihr seid ja wieder alle richtig schlecht drauf. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Und die Gunde kriege mal einen Bonus, damit sich die Stimmung ein bisschen bessert. Ich muss noch kurz mit dem Mitarbeiter ein bisschen... Ich lebe, um zu servieren. So, Bettina, du kriegst mal ein Lob. Steigt er durch die Loyalität? Was kann ich für dich tun? Nicht wirklich. Was kann ich für dich tun? So, du gehst jetzt erst mal ins Bett. Liebe Elke. Ich kriege noch einen Bonus in der Hoffnung, dass es dir dann ein bisschen besser geht. So, Habiba, wo bist du? Ich lebe, um zu servieren. Also doch. Du kriegst einen Bonus, zack. Was kann ich für dich tun? So, wir haben tausend Flocken. Ich würde sagen, das reicht für eine Erweiterung der Küche. Und für einen Steinofen reicht es auch. Aber so gerade eben. Jetzt sind wir wieder ein bisschen blank. Ja, wir stehen noch bei 25. Warte mal, ich muss kurz gucken, was wir alles anbauen könnten. Medizin. Aber ist Medizin gleich Kräuter? Oder ist das nochmal was anderes? Ich gucke mal kurz im Skillslee, ob wir das irgendwie hieran sehen können. So, Champignons müssen wir brauchen. Knoblauch. Trauben, Tomaten, Hopfen. Ich glaube, das sind die Kräuter, oder? Warte mal, haben wir hier noch was? Möhren, Kohl. Wäscherfreischalten, das ist ja auch nett. Wisst ihr was, wir machen das so? Ich teste mal. Bauen hier mal Medizin an. Zack. Dann warten wir mal ab. Aber wenn wir das selber anbauen können, das wäre natürlich fern, dann würde ich hier anstatt Getreide nur Medizin medizinische Kräuter anbauen und die dann zu Essen verwursten. Ich lebe es selbst. Ach Bettina, arbeite doch mal ein bisschen. So, guck. Wenn Gäste bedient werden, dann sind die auch glücklich und vor allem dann zahlen sie auch. Und das bezahlt wiederum euer Gehalt. Wäre schön, wenn ihr euch das mal ins Gedächtnis ruft. Nachdem ich euch schon ständig einen Bonus hinterherwerfe. Fendix angebracht werden ja auch mal ein bisschen, ne? Ich lebe es jetzt. Auf es. Ich lebe es jetzt. Da sehe ich die Stimmung mal verbessert. Ich bin nicht zu alt für das Scheiße. Aber ich komme zu nahe. Warte mal, hier können wir den Preis nochmal. Ja, wir drücken den Preis auf jeden Fall nochmal nach unten beim Soldaten-Snack. Stimmt, auf die Preise habe ich so gar nicht geguckt. Will ich allgemein die Preise mal ein bisschen billiger machen? Ich glaube ja. So. Ich gucke jetzt, dass überall ein Grinsen da ist. Komm, wir müssen ja noch nicht mehr weit runter. Zack. Nehmen wir es ein. Sehr schön. Ich bin der Hoffnung, dass sich da auch die Reputation bei den einzelnen Gruppen mal ein bisschen verbessert. Alle ganz fleißig. Und irgendwie macht ihr nur da sauber, wo schon sauber ist. Komisch. So, Champignons und Kräuter brauchte ich für das Rezept, ne? Dann gucken wir doch mal, ob wir bei den Bauern vielleicht ein bisschen was davon kriegen. So, Kräuter. Ist schon mal günstig. Und jetzt die Pilze. Ah, ist ein bisschen teuer. Ja, unsere Reputation ist verbessert. Ach, zum Arzt. Ach, guck mal hier. Ich kann sie zum Arzt schicken. Sehr schön. So, Kräuter haben wir schon. Pilze brauchen wir noch. Da gibt es aber keine. Wie schaust du bei Peeping Tom? Hast du ein paar Pilze? Hast du. Die sind aber noch teurer. Das ist nicht gut. Alter Markt. Die liegen genau im Schnitt. Hier hatten wir, glaube ich, schon. Gut, dann. Zack. Zack, zack. fängt sie wieder an zu arbeiten. Dann kriegst du noch einen Bonus. Dann kriegst du noch einen Bonus. Dann kriegst du noch einen Bonus. Kein Gehalt. Moment mal. Warum kein Gehalt? Wow. Okay, da versteht ihr, dass die Stimmung unten ist. Aber, hä? Du kriegst doch Gehalt. Oder hatte ich mein Geld so auf null gedrückt, dass du keins bekommen hast? Das wäre natürlich fatal. Ach so, da kommt unsere Lieferung. Ich wollte gerade schauen, ob die schon da ist. Also, die Kräuter sind schon da. Das ist schön. Dann können wir doch mal das neue Rezept auf die Karte nehmen. So, wo ist es? Da. Panete, Pilze. Moment. Wahnsinn. Jetzt bin ich... Zack. Ab auf die Karte damit. Und der Preis ist natürlich ein bisschen gedrückt. 27 sind wir, Leute. Es geht in eine richtige Richtung. Noch drei Punkte Reputation und wir haben endlich mal die Aufgabe geschafft. Sehr schön. Ja, ist mir gerade, aber ehrlich gesagt ziemlich egal. Kann das sein, dass das Fleisch die ganze Zeit hier drin bleibt? Ja. Weil ich es nicht lagern kann. Weil mir der Lagerraum fehlt, weil ich kein Kühlhaus habe. Oh Mann, ich wäre schon ein Selbstversorger, was Wurst angeht, wenn ich ein Kühlhaus hätte und das entsprechend mit Eis versorgen könnte. Wäre, wäre, Fahrradkette. Wie ein gewisser Ex-Fußballer mal so schön sagte. Wie sieht eigentlich die Zimmerbewertung aus für die Badezimmer? Warum ist das eine Badezimmer ein bisschen besser? Die sind doch exakt baugleich. Check ich nicht. Wahrscheinlich, weil es Badewasser hat. Wollen wir noch mal ein bisschen dekorieren? Ich gucke mal, was hier außer Fackeln noch so Reisende erfreuen könnte. Oder muss man das alles erst erforschen, was die erfreut? Was ist das? Fragil. Ach, nicht genug Gold für das Bild. Ich gucke erst mal, ob wir irgendwo noch was haben, was konkret für Reisende ist. mein Gott, so eine Statue, die ist natürlich monstermäßig schick. Wer hat einen Sekten ab? Erfordert Kreu... Freie Betten ja sicher haben wir freie Betten, mein Lieber. So, wir stehen noch bei 27. Auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel. Einmal reparieren, bitte. Was fehlt denn hier? Nur Brennholz, oder... Nee, es muss einfach nur repariert werden. Oh, okay. Wenn es... Ich dachte die ganze Zeit, das wäre nur Brennholz, weil ich habe das ja dezent ignoriert. Aber gut, wenn es kaputt war, das ist natürlich fatal. So, und schon geht es wieder hier. Kannst du eigentlich auch putzen? Von den Aufgaben her? Reinigung, komm, mach du das doch mal ganz hoch. In deiner Prio. Immer noch bei 27. Okay, da brauchen die nur ein bisschen Fett. Das wird ja wohl gleich kommen, hoffe ich. Oh, nee. Dich schmeißen wir direkt raus, du ekliger Stück. Wobei, du bist ein Reisender, verdammt, warum habe ich dich hier rausgeschmissen? Egal, jetzt ist der Tisch eh versifft. So, raus mit dir, du Lump. Ich hoffe, meine Reputation sinkt nicht und direkt um einen Punkt gesunken. Ob das jetzt die Ursache war, weiß ich nicht. Aber das pendelt die ganze Zeit ein bisschen. Oh, ist hier noch 25,9? nicht gut. Ach, die Champignons liegen da noch. Okay. So, hat denn schon jemand hier Kräuterfeuern? Ja, zweimal wurde das Gericht anscheinend schon bestellt. Finde ich gut. So, ich bin gespannt, wann jemand da die Pflanze erntet. Wir stehen wieder nur bei 25. Was ist denn der Lös? Liegt doch vorhin so schön. War das echt nur, weil ich den Einreisenden jetzt rausgeschmissen habe? Es würde mich wundern. So, Dekoration. Wollen wir hier mal so eine Heldenstatue hinstellen? So, haben wir mal richtig einen raus. Ah, wie, das sollten wir hier auch mal machen. Wow, das hat ja, also für 1000 hat das echt wenig gebracht, muss ich gestehen. Wie sieht's aus? 25,5. Langsam wird's. Ah, 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 was ist das eigentlich? Inkeeper-Hand-Mode oder so. Ist natürlich toll, dass der Tooltip dahinter ist. Ah, nach Raumtyp, okay. Hm, okay, macht irgendwie keinen Sinn, dieser Button. Egal. Deine Reputation sinkt weiter. 24,9 sind wir nur noch. Was ist da los? Obwohl er gerade sagte, Reputation ist improving. Irgendwas passt da noch nicht. Deine Reputation ist improving. Hmm. Du bist schmutzig. Ja, du nimmst doch gerade einen Bart. Was willst du denn noch? Hm. Hm. So, hängen wir hier mal ein Bildchen hin. Dann dekorieren wir gleich nochmal den Raum ein wenig. Machen Marktschreier Sinn? Weil ich meine, wir müssen ja irgendwie auch... Was ist hier für ein Symbol? Zusätzlich Ressourcen freischalten. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt noch zusätzlich? Ja, Reputation is improving. Oh, Rindfleisch gibt's hier jetzt. Eis können wir holen. Hm. Konnten wir das die ganze Zeit schon, oder ist das neu? Ich glaub, das ist neu, oder? Holzschild. Oh, oh, oh. Da schicken wir mal Schäser da hin. Deine Reputation is improving. Bestimmt neue Möbel. Da könnte ich doch mal nachschauen, ne? Der bringt mir noch nichts. Da ist Rezept. Neue Möbel. Ja, das ist auch uninteressant. Vorerst auch. Ah, hier können wir keinen neuen Möbel. Können wir das... Nee, können wir nicht. Rezepte wären natürlich auch eine Idee, ne? Oh Gott, mit Beeren und... Nee, das ist mir noch zu komplex. Da senken wir einmal die Kosten, einfach weil wir gerade eh die Punkte übrig haben. Wasser und Brot brauchen wir nur? Für Quass? Ja, her damit. Wenn's so einfach geht. 25. Es ist, glaube ich, noch zu attraktiv für die Bauern. Kann das sein? Weil es gleicht sich doch auf. Wir kommen doch hier in Summe nur auf 100%. Und wenn ich jetzt für die Bauern unattraktiver mache, dann wird das doch... Ja, ich bin gespannt, ob das passt. Mein Gedankengang. Mal schauen. So, 200 Gulden, die zahlen wir doch gerne. Ich mach's mal... Hm? Ich hab doch einen Grill, was... Der ist sogar in Benutzung. Ah, muss er wieder repariert werden? Ach, der... Ja, jetzt geht er auch wieder. Ich mach die Preise mal so, dass die gerade noch so in dem Bereich des Zahlbaren sind. 26.4, okay. Ob das jetzt von den Preisen herkommt oder nur mal wieder so ein übliches Auf- und Ab-Pendeln waren, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Hoffe ich. Deine Reputation ist verbessert. Das müsste auch mal repariert werden, bitte. Wenn jemand die Güte besäße, dies zu tun. Hm, ich glaub, das war nur ein übliches Pendeln. Ich könnte natürlich ein bisschen diese Deko verkaufen, die dem Bauern gefällt. Und dafür... Wo ist er denn da? Hängen wir mal ein paar Schilder auf. Zack. Okay, kein Gold mehr. Gut, es möge reichen. Hoffen wir mal, dass die Reputation hochgeht. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen Cut. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssikowski. Einm hands 갖고 ich. Schra. Schra. Ach. Schra.